Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, mit Sorge blicke ich auf die aktuellen Entwicklungen in der Bauwirtschaft. Die Rahmenbedingungen für Investitionen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand werden zunehmend schlechter. Ich spreche von Lieferengpässen, hohen Energie- und Baupreisen sowie gestiegenen Bauzinsen. Im öffentlichen Bau und im Wohnungsbau in Sachsen-Anhalt sind die Auftragseingänge im Jahresvergleich im zweistelligen Prozentbereich eingebrochen. Die Verunsicherung ist sehr groß. Wie kann der negative Trend gestoppt werden? Aus meiner Sicht müssen Bund, Länder und Kommunen kontinuierlich in Infrastrukturprojekte investieren. Dadurch kann die Nachfrage nach Bauleistung erhöht und den Bauunternehmen Planungssicherheit gegeben werden. Zweitens brauchen wir schnellere Genehmigungsverfahren. Die Vorgaben und Verfahren sind zu kompliziert. Drittens müssen unbedingt einheimische Baurohstoffe erschlossen und verarbeitet werden. Damit können nicht nur steigende Preise und globale Abhängigkeiten abgemildert, sondern auch Transportkosten und der CO2-Ausstoß reduziert werden. Zudem müssen Recyclingbaustoffe eingesetzt und schon in der Planungsphase berücksichtigt werden. Und viertens müssen die Energiekosten in Deutschland dauerhaft gesenkt werden. Einerseits durch die Erhöhung des Energieangebotes und andererseits durch die Reduzierung der staatlichen Belastungen. Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, die IHK Magdeburg vertritt Ihre Interessen gegenüber Politik und Verwaltung. Kommen Sie auf uns zu. Wir unterstützen Sie.